Krokodile sind erdgeschichtlich enorm alt. Seit 200 Millionen Jahren hat sich das Aussehen der Krokodile praktisch kaum verändert. Ein Zeichen, dass Dinosaurier perfekt an ihre Umgebung angepasst sind und auch auf Veränderungen reagieren können. Immerhin lebten Krokodile nicht nur mit, sondern überlebten auch die Dinosauriern. Krokodile verfügen über einen stabilen Schuppenpanzer. Ob aus Krokodilseiern männliche oder weibliche Krokodile schlüpfen, hängt ausschließlich von der Umgebungstemperatur ab. Bei kälteren Temperaturen kleiner als 30 Grad Celsius schlüpfen Weibchen, bei wärmeren Temperaturen größer als 30 Grad Celsius Männchen. Damit Krokodile große Säugetieren überhaupt fressen können, müssen sie ihre Beute in mundgerechte Stücke zerlegen. Dafür packen sie die Beute und drehen sich mehrmals um die eigene Achse. Diese Rolle wird auch Todesrolle genannt. Krokodile sind geduldige Jäger, über eine Stunde kann ein Krokodil unbewegt unter Wasser auf Beute warten, bevor es Luft holen muss. Die Zähne eines Krokodils werden regelmäßig erneuert. Fällt ein Zahn aus, wartet darunter schon der nächste Zahn. Ein ausgewachsenes Krokodil hat keine natürlichen Feinde. Junge Krokodile sind dagegen von Fischen, Waranen, Störchen und sogar anderen Krokodilen bedroht, Kannibalismus. Das Erwachsenenalter erreichen nur zwischen 5 bis 10 Prozent der Jungkrokodile. Manche Krokodilarten betreiben aufwendige Brutpflege. Die Eier werden wochenlang durch das Weibchen bewacht. Nachdem die ersten Krokodile schlüpfen, trägt das Weibchen die Brut mit ihrem Maul zum Wasser. Krokodile sind wechselwarme, poikilotherm, Tiere. Ihre Körpertemperatur wird wesentlich durch die Außentemperatur bestimmt. Wird es doch einmal zu warm, taucht ein Krokodil einfach unter oder öffnet das Maul. Kalte Temperaturen werden von Krokodilen potenziell schlechter vertragen, als warme Temperaturen.